Fünf sind es. Da sehen Sie sie. Und wer ist nun die Nummer eins? Die Susanne wüsste es, wenn sie jetzt gucken würde, aber vielleicht konnten sie sich auch nur vom Fernseher nicht trennen. Nie nur der Angelo könnte es sein, die Rattles können es sein, mit Achim Reichel, auch eine Band, die in den 60er Jahren Riesenhitze hatte. Es ist geworden, vorher verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder am 14. Dezember und vom 27. November bis zum 2. oder 3. Bis zum 3. Dezember gibt es unser Band unter 01304444 zum Ortstarif mit acht neuen Titeln, die wir heute auch noch nicht kennen. Lassen Sie sich überraschen, Sie bestimmen, wer dann am 14. Dezember dabei ist. Und Sie haben bestimmt auf Platz 1 im November CC Ketchum Backseat of your Cadillac. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bis zum 3. Dezember 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 Bis zum 4. Dezember Bus zum 3. Dezember Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018